Okay, jetzt scheiß ich aber drauf. Jetzt scheiß ich aber drauf, oder jetzt schon wieder. Zeig mal her. Oh, Erdsignal, Wassersignal, Luftsignal. Ja, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da würde ich sagen, da gehen wir auf die Jagd. Es schaut aber gut aus. Es schaut zwar aus wie an dem, was wir da schon harmtrat haben, aber es schaut gut aus. Es schaut nicht schlecht aus, es schaut nicht schlecht aus. Haupt-Ade erlangen. Gegner mit eingesprungenem Shield-Hieb. Okay, 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 kommt zu wissen, kommt zu wissen. Dadurch, dass wir da wahrscheinlich auch alle drei Versionen haben müssen, wird da der End-Boss sein. Sie haben sie auch schon ganz kurz erwähnt, mit so viel Macht könnte sie ja verändern, etc. Haben sie eh schon damit angeteasert, geschehen. Oh, merkt man. Merkt man, dass da einer 20 ist. Merkt man. Ich glaube, da haben sie sich ihr Dach gehabt. Ja, schau dir da mal vielleicht ein bisschen besser um, weil sonst wirst du ein bisschen schneller wegflexen, dass du es schauen kannst. Ah, scheiße. Ich hätte gerne das eine oder andere aktiviert. Oh. Oh. Ausnutzen. 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 Ich glaube aber, da muss man... Ich glaube, da muss man aber was anderes. Ja, ich glaube, da muss man aber was anderes. Da muss ich instant mit dem Shield den ein oder anderen Meier machen, glaube ich. Nicht so. Aber haben andere Gegner, die sind da viel einfacher. Die sind da viel einfacher. Na, da wird sicher... Wird sicher... Oh, endliche Stärke haben, der Gegner. Heilele. Ah, da ist was weitergegangen. Da ist was weitergegangen. Weißt du was? Bevor die da wieder herumschießen. Bitte, Eppert. Meine Bitch. Ja, nur ist halt ein bisschen blau geworden. Weiß nicht. Dann ging es nicht gut. Wieso lässt er sich nicht flexen? Wieso lässt er sich nicht flexen? Das gibt es ja nicht. Oh. Oh, jetzt. Aber jetzt. Ah, okay. Ich hätte mal gedacht gehabt, dass das jetzt zählt. Da hätte ich mir jetzt doch gehabt, okay, das ist die richtige Attacke, was er verlangt. Aber nee, der Moi. Nee, der Moi. Äh. Ja, eh. Also, ja, ich muss extra wieder so schauen, oder was? Ja, 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 jetzt geht's. Jetzt siehst du den scheiß rein. Das ist ja das. Kommt eh schon, kommt eh schon. Passt. Ja, du klick aktivieren da, ne sicher. Geiler wäre es halt gewesen, oder? Nein, irgendwas zu aktivieren, sondern es kommt klick von automatisch. Das wäre natürlich umso nicer. Oh, der gefällt mir. Der gefällt mir. Schaut geil aus. Vom Aussehen her top. Vom Aussehen her top. Warte, 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 Nigi. Mach gleich Banner, mach gleich Banner. Ich verstehe noch immer nicht, wo die Taste ist, oder vom Banner. Irgendwie. Achso, na, das dauert noch, das dauert noch. Achso, da wieder so ein Lade-Ding. Nicht geschessen. Das musst du einmal wissen. Ja, passt. Hallo. Ich versuche jetzt mit der anderen Waffe aus. Hat die wenigstens was. Am Start. Ja, und wie. Aber auch nicht viel, aber immerhin etwas. Ah, gerade Spezialattacke aktivieren wollen. Wow. Wow. Wow, das war bitter. Das war bitter. Das war richtig bitter. Wow. Ah, diese zusätzlichen gegnissen. So schmutz. Uiu, ui, 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 doch nicht schmutz. Uiu, ui, ui, doch nicht schmutz, doch nicht schmutz. bana bana kum ich brauche die banner weil irgendwer will schon schießen Alter, das ist Flexerei, das ist Flexerei. Jetzt schon die Gegner? Tut weh. Jetzt schon die Gegner zu haben, tut weh. Aber ist ja wurscht. Uh, Kugel, Kugel. Gönn dir das Kugel. Ah, das Kugel hat ne, ja. Ach, ich hab mir doch gehabt, Alter. Das ist wie etwas. Oh, oh. Oh, na wie praktisch. Das ist jetzt sehr praktisch. Das war jetzt sehr praktisch, Alter. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Ah, ist schon wieder nicht aufgeladen, der Scheißdreck. Gibt's ja nicht. Gleich direkt beim Gegner aufgestellt. Super. Beste. Ja, 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 ja. Das hat ne Wirkung, Alter, du Huren. Das hat ne Wirkung, ne Schöne. Oh, gib ihm böse. Ja, gib ihm doch, äh, gib ihm sanft, gib ihm sanft. Wie wär's da mit? Ein, zwei Schläge und tschüss. Ja, nice. Ah, ja, ja. Ich hab mir doch wohl ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, 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 ja. Ja, passt. Bestätigen und tschüss. Weißt du, was wir machen müssen? Diese Prüfungen da. Es würde mich interessieren, ob man da...